Schriftstellerin, Fotografin, Aktionskünstlerin, das alles ist die ukrainische Künstlerin Evgenia Belorusetz. In täglichen Berichten aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschreibt sie den Alltag seit Beginn des Krieges. Aus Fotos und Textsequenzen entstand so die Ausstellung nebenan, das Kiewer Kriegstagebuch, eine Installation. Am 19. Oktober 2022 eröffnete Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die Ausstellung im Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages. Die allermeisten Deutschen sind Kinder des Friedens. Wir haben ihn für selbstverständlich gehalten, auch ich selbst. Für Sie, liebe Frau Belorusetz, war Krieg ebenso unvorstellbar. Bis zu dem Tag, an dem er Wirklichkeit wurde. Ihre Arbeiten mahnen uns, das Unvorstellbare kann geschehen. Wir müssen uns auf Krieg einstellen. Akzeptieren dürfen wir ihn aber nie. Am 24. Februar, dem Beginn des brutalen Angriffskrieges, beginnt die Künstlerin mit ihren Aufzeichnungen. Buchstäblich über Nacht ist jegliche Normalität verloren gegangen. Evgenia Belorusetz schreibt ein Tagebuch. Das Tagebuch ist im Prinzip die Grundlage für die für uns entwickelte Installation. Das liegt als Buch aus und es ist zum Teil als Audiospur eingesprochen worden, sodass man tatsächlich der Künstlerin zuhören kann, wie sie ihre eigenen Texte noch einmal liest, als würde sie in dem Moment schreiben. Was sehr, sehr eindrücklich ist. Was wir in der Ausstellung sehen, ist eine sogenannte Mindmap, eine Erinnerungslandkarte, die im Prinzip chronologisch anhand vieler in diesen ersten Tagen entstandenen Bildern nacherzählt, wie sich dieses Leben sukzessive verändert. Die Texte der Ausstellung stammen nicht aus dem Kriegstagebuch. Sie sind neu entstanden und sollen die Bilder zum Sprechen bringen. Nicht über Bildunterschriften, sondern mit literarischen Versatzstücken, die eine bestimmte Atmosphäre und Stimmung herstellen. Zum Beispiel die Frau, die die Straßenkarte von Kiew unkenntlich macht, damit die Angreifer sich nicht orientieren können. Am Anfang des Krieges habe ich immer wieder gedacht, mein Tagebuch dauert erst einige Tage, wenige Tage und der Krieg wird aufhören. Aus welchem Grund? Weil es ist eine Unterbrechung von einer Weltordnung, die so viele Menschen, so viele Länder, Jahrzehnte aufgebaut haben. Und diese Unterbrechung ist etwas, was eigentlich eine Regression in eine sehr schreckliche Vergangenheit bedeutet, dass niemand will und niemand erlauben wird. Und dann dauert der Krieg weiter. Und heute ist 238. Tag des Krieges. Und jetzt denke ich, dass der Krieg eigentlich immer wieder anfängt. Immer wieder. Es gibt immer wieder diesen Anfang. Ein Ausschnitt aus dem Buch »Anfang des Krieges« von der Künstlerin eingesprochen. Samstag, 5. März. Zehnter Tag des Krieges. Ich habe gelernt, wie ich mit den dünnen Decken, die ich habe, die Fenster meiner Wohnung so verdunkle, dass innen ein weiches, gedämpftes Licht entsteht. Ich erinnere mich an den ersten Morgen des Krieges. Alles war wie immer. Ich war etwas spät aufgewacht, morgens um neun und sah eine Reihe von Nachrichten von Freunden, Bekannten auf meinem Handy. Bitte geh ans Telefon. Immer wieder dieselbe Nachricht. Die ersten Bilder sind eher nebenbei und zufällig entstanden. Erst nach einigen Tagen begann die Künstlerin damit, Fotos zu machen, die komponiert sind und eine Aussage haben. Eines der ersten, der wirklich zentralen Bilder zeigt, ist Anfang März entstanden und zeigt einen Blumenstrauß, der abgelegt wurde auf einem Schaufensterbrett. Daneben sieht man die eilig zusammengeschmiedeten Eisenkreuzer, die Panzersperren darstellen. Ein anderes zentrales Bild zeigt eine junge Frau, die sich aus Plastikteilen in den ukrainischen Farben eine Art Maske gebastelt hat, die natürlich keinen Schutz bietet, in keinerlei Hinsicht. Diese Absurdität, dass sich eine junge Frau im Prinzip ein ganz fragiles Gebilde um den Kopf wickelt und man sieht das sofort und fragt sich, was macht sie da eigentlich und wovor will sie sich schützen? Es wird ja eh keinen Schutz geben. Das ist natürlich ein Symbol für die Situation der Zivilbevölkerung, nicht nur in Kiew, sondern in der gesamten Ukraine. Die Installationen wurden eigens für den Deutschen Bundestag zusammengestellt. Das Fotografieren war nicht einfach. Es war gefährlich in erster Linie für die Menschen, die ich fotografierte. Deswegen war ich sehr vorsichtig. Es gibt sehr wenige Gesichter als solche in dieser Ausstellung und ich habe immer vermieden, eigentlich wollte ich etwas zeigen, ohne zu zeigen. Das war mein Ziel. Eine Dimension des Alltags zeige ich, versuche ich zu zeigen in der Situation des Krieges. Bis zum 24. Februar 2023 kann die Ausstellung im Rahmen der Kunst- und Architekturführung im Reichstagsgebäude sowie bei Sonderführung des Besucherdienstes besucht werden. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter bundestag.de-ausstellungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017